Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ich ihn wieder eingeschaltet habe. Heute testen wir den Bro Snacker, gucken, ob der das bringt, was ich mir vorstelle. Hier haben wir ihn, orange-weiß, 4er-Haken, 3 mm tungsten Perle. Let's go! Wir testen ihn um 13.14 Uhr. Wir sehen, dass jetzt ein paar schöne relativ weit unten stehen. Wir haben eine 4 mm tungsten Perle. Darauf machen, dass wir ein Stück weiter schneller nach unten kommen. Eines dürft ihr ja nie vergessen. Oben die Fische sind alle schön. Die unteren können aber die aktiven sein. Genau das machen wir jetzt. Machen wir jetzt 4 mm tungsten Perle rauf. Und dann noch eine andere Farbe, ein bisschen was Gedecktes, weil wir haben ja Nachmittag schon. Und dann noch einen großen Haken mit einer 4er. Zack, haben wir. Zack, zack. Ein bisschen was Gedecktes. Fangen wir mal an mit schwarz mit Glitzer. Natürlich seht ihr den Köder nicht, wie sie die inhalieren, aber... Schauen wir mal. Dann kriegen wir darauf schon mal eine Reaktion von einem Fisch. Jetzt mal ein paar Infos zum Brosnecker. Brosnecker ist entstanden zwischen Trout Belch und den Fishing Mandanets. Wir hatten die Idee, wir wollten einen Herbstköder haben, der ein bisschen größer, schwerer, länger ist. Wir haben ihn 1 cm länger gemacht, 1 mm breiter und dadurch hat er natürlich mehr Gewicht. Hier kommt im Herbst ein ganzes Stück weiter raus. Genauso beim Wind. Das liegt alles ein bisschen stabiler im Wasser. Oder bei den Wurfdistanzen kommt er auch ein bisschen weiter raus. Und natürlich auf die größeren. Trout Belch hat in diesem Zuge die Farben nochmal sehr intensiv bearbeitet, so dass sie noch knalliger, noch satter sind im Wasser. Und da könnt ihr euch auf richtig schöne Farben gefasst machen. Ich zeige sie euch hier nach jedem Fisch immer 10 Stück. Da vorne haben wir zwei, die sich jagen. Das ist immer ein super Beispiel dafür, dass sie aktiv sind. Die eine schießt... Oh. Ich dachte eben gerade schon mal. Jetzt wird's fit. Das wird's nicht mehr funktionieren. 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 Schön langsam geführt. Das läuft. Richtig schöner Lachs. Richtig schöner Lachs. Ich würde sagen, der Brosnacker läuft. Da haben wir nochmal einen schöner Lachs. Brosnacker schwarz-gold. Schauen wir mal, ob wir noch eine kriegen. Als erste Farbe haben wir natürlich schwarz-gold. Super für klare Gewässer. Genauso wie den klar mit blauen Glitzer. Auch empfehlen für klare Gewässer. Hier haben wir grün-weiß. Standardfarbe. Wir haben ein dreckiges Orange gemacht mit schwarzen Glitzer-Anteilen drinne. Ein gelb-weißen. Ein gold-weißen natürlich wieder. Auch sehr schön. Ein neuen jetzt hier grün-gelb mit schwarzen Glitzer. Natürlich, der Bronzestart darf dabei nicht fehlen. Dann haben wir Bernstein wieder dabei mit schwarzen Glitzer drinne. Und natürlich Glow jetzt für die Herbstzeit, wo ihr vielleicht im Dunklen anfangt, ihn anleuchtet und damit Fische fangt. Ich bin dann zum Ende der Bergenkohle hingegangen, weil dort eigentlich immer die Saiblinge standen, die natürlich ein bisschen kleiner sind. Und genau darauf wollte ich den Brosnacker auch ausprobieren, ob die Kleinen auch diesen großen 75 mm großen Köder nehmen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einmal an. Ich habe natürlich meine ganzen Angersachen dahin genommen, sodass der andere Platz frei bleibt für andere Angler. Das ist immer nur fair, wenn man anfängt, sowas zu machen. Und unten stehen ein paar Saiblinge, wenn ich mal das lilan ist. Und jetzt gucken. Und gut geht. Letztes Mal auch gut funktioniert an der Bergenkohle. Auf die Saiblinge. Schauen wir mal. Auf jeden Fall stehen sie hier weiter unten. Also rauswerfen. Absinken lassen. Ich weiß, wir haben Sommer. Aber manchmal ist das so. Da sieht ihr natürlich perfekt. Einfach vor wir haben. Oh, der will nicht so, wie ich das will. Komm richtig hoch, gucken sie sich ihn kühler an und gehen wieder ab. Und wenn ihr das seht, immer wieder probieren, probieren, probieren. Ne, der wird da hin. Jetzt nehmen wir mal Purple Orange. Vielleicht ist das der Knackpunkt. Das lila, was wir da drauf haben. Ansonsten nehmen wir jetzt langer Schwarz wieder. Also interessiert sind sie. Gar keine Frage. Da war der erste. Das ist fast so wie Topwater-Angeln. Das feine Twitchen. Kommen wir hinterher, gucken sich das Ding an. Wieder absinken lassen. Wieder absinken lassen. Ich denke, dass es eine sehr dunkle Farbe ist heute. Dann zeige ich euch halt, dass es funktioniert. Der Schwarz-Gold. Der Schwarz-Gold. Tick. Vielen Dank. Ich habe ihn langsam in der Abdeckphase genommen. Kleiner schöner Seidling. Und wieder hat er funktioniert, der schwarz-goldener, kleiner schöner Seidling. Selbst die Kleinen nehmen sie richtig schön. Ich denke, im Herbst werden die richtig gut funktionieren. Jetzt zu den nächsten 10 Farben. Rot-Gelb. Rot-Schwarz. Dann haben wir ein schönes Pink-Gelb dabei. Lila-Weiß darf natürlich auch nicht fehlen. Dann haben wir dieses Babyblau mit Weiß. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Rot-Weiß darf auch nicht fehlen. Besonders für die Morgenstunden. Dann haben wir hier die Farbe Magic. Ich zeige sie euch jetzt unter Schwarzlicht. So ungefähr sieht die dann auch unter Wasser aus. Dann haben wir hier schwarz-creme-farbig. Dann haben wir lila-orange. Und blau-gelb. Und die nächsten 10 Farben gibt es nach dem nächsten Fisch. Jetzt versuchen wir nochmal eine schockige Farbe. Wir haben hier orange-grün drauf. Twitchen das Ganze relativ aggressiv auch. Und versuchen auf diese Art und Weise jetzt auch nochmal einen Fisch zu fangen. So, dass das natürlich auch gezeigt wird, dass es funktioniert, wenn ihr ihn auch aggressiv twitcht. In den Morgenstunden wichtig ist, entweder eiert der Snacker von oben nach unten oder minimal von links nach rechts. So bekommt ihr die Aufmerksamkeit. So kann das Paddel oder Schwanz im Endeffekt richtig arbeiten. Hier lassen wir ihn jetzt mal ein bisschen runter sinken. Und schauen mal, wo eine Etage tiefer vielleicht den einen oder anderen überlistet kriegen. Wie gesagt, vier Gehaken, drei oder vier Millimeter Tonkstenperle. Und dann sollte das Ganze funktionieren. Richtig schön innoviert hat das Ding. Na, wie sieht. Da haben wir den Überträter. Und nochmal einen kleinen süßen Saibling. Auf dem Bro Snacker einen relativ großen. Das funktioniert genauso, wenn Sie Bock haben. Und die nächsten zehn Farben. Pink-Weiß. Orange-Gelb. Schwarz-Lila. Herbst. Baby-Blau. Orange. Morgenstunden. Da haben wir einen Orange-Weiß. Auch Morgenstunden. Rosa-Weiß. Auch sehr zu empfehlen. Der Green Hulk. Richtig viel Glitzeranteil drin. Dann haben wir natürlich den Spezial. Der darf nicht fehlen. Den Himmel. Reines Lila für die Herbstzeit und den Saibling. Schwarze-Gelb. Aufmerksamkeit wieder. Und jetzt machen wir weiter mit dem Video. Und dann kommen die letzten zehn. Die Morgenstunden können die richtig schön aktiv. Auch mit Green-Farben fischen. Das wird die Fische relativ wenig interessieren. Aber umso später es wird, umso dunkler würde ich werden. Natürlich habt ihr immer den einen oder anderen Fisch dabei. Wenn der sagt, okay, scheißegal, welche Farbe du drauf hast, ich hab auch auf dich. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass wir in den dunklen Farben am Nachmittag viel mehr fahren. Aber die Fische haben natürlich auch richtig viel schon gesehen. Das darf man nicht vergessen. Wir fischen jetzt ungefähr im Mittelwasser. Jetzt mal eine von unten noch rauskitzeln. Wenn er nach oben kommt, nehmen wir die natürlich dankend mit. Gucken. Vorne haben wir eine schöne Helle. Ihr müsstet die eigentlich auch sehen. Vorne haben wir eine schöne Helle. Ihr müsstet die eigentlich auch sehen. Gucken. Die überhaupt Bock hat auf sowas. Und das hat sie. Richtig geil. Das läuft. Schön knapp an den Oberflächen geführt. Richtig schöner Lachs. Und dunkle Farbe. Das ist für ein schöner Fisch. Das ist für ein toller Drill. Richtig schön in der Niederung. Das ist für ein schöner Fisch. Wie war das nochmal Portionsfuhrein im Angelparadies Esche drinne? Oder? Ist das ein schönes. Das ist ein schönes Tier. Durch den. Das ist nicht gar nicht mal durchgehämmert. Aber das ist eine vollkommen Wumpe. Was soll ich sagen. Der Brosnacker funktioniert einfach. Und jetzt gucken wir uns gleich die letzten 10 Farben an. Inklusive der Starterbox natürlich. Hier haben wir Greenhike Schwarz. Dann haben wir Bernstein Weiß dabei. Wir haben natürlich das klassische Orange dabei. Darf nicht fehlen. Dann haben wir Orange-Grün dabei. Wir haben natürlich Blau-Weiß dabei. Schwarz-Orange, auch ein Klassiker. Schwarz-Gold. Für Große richtig gut. Dann haben wir Orange-Gold. Dann haben wir reines Gold. Als Brosnacker natürlich. Und die Starterbox. Die darf nicht fehlen. Immer wenn ich in Eschede bin, passiert irgendwas Lustiges. Und das kommt jetzt. Das ist der Snackerman. Wie sieht's aus? Ich bin jetzt Tens. Blökt? Ja. Nice. Sehr gut. Kannst nicht mal Ruhe angeln. Lernst du sofort Autogramme geben. Der Shop muss ja auch leben. Ich verkaufe demnächst auch Autogrammkarten von Dennis. Die hab ich leider noch nicht. 10 Euro das Stück. Nee, die gibst du sonst. Unbedingt eine haben wir. Weg. Wir leben in einer macht realistischen Gesellschaft. Auf jeden Fall. Schön, ja. So, auf den Nachher. Aber der läuft immer, der Snacker. Den Brosnacker bekommt ihr natürlich unter www.fishingman-dennis.de oder bei Troutbats. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo, Like, Kommentar über dieses Video natürlich sehr freuen. Ihr bekommt auch auf jeden Fall eine Antwort. Und jetzt gehen wir zu den Gewinnern des 4000 Abonnenten Speziales. Viel Spaß dabei. Die vier Donors, ZD1, MA98, GAO TF und der Rush gehen an AWAK. Das Troutbats-Paket geht an Patrick Breuer. Und die acht Alfreds Clears gehen an Christian Kiesey. Alle drei Gewinner melden sich bitte bei mir per Instagram, Facebook oder per E-Mail über diesen Kanal, damit ich euch eure Gewinne zukommen lassen kann. Hallo lieber Pepe, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Mir geht es gut. Das freut mich sehr. Mit Umständen entsprechend geht es mir richtig gut. Das freut mich sehr. Fängst du jetzt Fische? Ja. Das ist schön. Ich wollte den Brosnacker unbedingt ausprobieren. Ja. Damit ich das Video zusammen habe dafür, dass die Leute sehen, dass dieser Fisch fängt. Ich bin doch erst seit anderthalb Stunden hier. Ganz ruhig. Ja. Seit einer Stunde und 26. Na, seit einer Stunde und 20. Mehr dazu, was ich da noch mit Pepe besprochen habe. Was wir am nächsten Tag gemacht haben. Seht ihr nächste Woche Sonntag 12 Uhr. Da kommt das Video mit Pepe und ein paar anderen sehr netten Menschen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen für den einen oder anderen. Ansonsten dickes Petri, dicke Fische. Euer Fischigmann Dennis.